Ich bin Ton Maton, Professor in der Künsteunie Linz und mache heute einen Vortrag, wo ich versucht habe Zweifel zu zerstreuen. Zweifel an alle Wahrheiten, die Techniker so herum erzählen und uns dann überzeugen von ihrem technischen Wissen. Aber mein Ziel von der Universität ist eher, Zweifel zu bringen, damit wir selber auch denken bleiben. Ich glaube, was wir in den nächsten Jahren merken würden, dass die Leute nicht mehr wie selbstverständlich die Technologie akzeptieren, aber dass auch das Mensch sein, auch in der Technologie, sehr viel wichtiger. Wir übernehmen die Kontrolle wieder zurück sozusagen. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist der Richtung, wo es jetzt langsam hin bewegt. Wir sind kein Sklave von der Technologie. Studenten nicht erzählen, was wahr ist. Studenten lernen zu denken, zu zweifeln und selbst in die wahnsinnig schnellen Veränderungen immer wieder bereit sein, die Lösung, die an den Moment passt und nicht Lösungen von, wie man die mal in der Schule gelernt hat. Und das muss man für alle viele Lehrer noch lernen. Also die Themen, die heute angesprochen worden sind, Städtebau in Verbindung mit Städtebau natürlich Fragen des Verkehrs, Fragen der zukünftigen Energieversorgung, Fragen des Wasserhaushalts, das sind für mich zentrale Fragen zukünftig. Und wir, glaube ich, müssen aufpassen, dass wir uns nicht mehr nur aufs einzelne Gebäude konzentrieren und da versuchen, irgendwo Optimum herauszukriegen, was Energieverbrauch und Nachhaltigkeit anbelangt, sondern dass wir Strukturen, größere Einheiten betrachten und eben diese Dinge, Verkehr und Ähnliches mit einbeziehen. Für mich hat es sehr viel gebracht. Ich habe sehr viel gelernt schon von diesen einführenden Vorträgen. Und also für mich selber war es schon eine große Bereicherung. Und also ich kann nur sagen, ich habe profitiert und ich gehe davon aus, dass alle anderen, die hier sind, auch sehr profitiert haben. Leonardo da Vinci wurde von ihm inspiriert. Das heißt, wir müssen im Grunde wieder eine Ausbildung machen, so wie sie früher mal war, diese richtige Baumeisterausbildung, Brunelleschi-mäßig. Und das dann koppeln mit moderner Technologie. Und das ist für mich eben der Roboter, weil der ist meiner Meinung nach, sage ich jetzt mal, das Werkzeug der Zukunft. Ein Computer alleine hilft ja nichts. Sie brauchen ja irgendetwas, wo eine Aktion daraus entsteht. Und der Roboter ist ja im Grunde ein Computer mit einer Maschine gekoppelt. Und insofern würde ich sagen, von den Weisheiten der alten Baumeister wie Brunelleschi lernen und das mit neuem Wissen kombinieren. Und dann sind die Studenten für die Zukunft gerüstet. Nachhaltigkeit ist ja hier das Thema, was schon an vielen Stellen und den Vorträgen immer wieder zur Sprache kam, aber auch Recycling und vor allem Baustoffe. Sehr spannend. Also die Vorträge kommt man ja nicht dazu, im Alltag zu hören, dass man mal über den Tellerrand wieder schaut und die Eindrücke mitnimmt, was so aktuell angesagt ist und wie die Weiterentwicklung in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, läuft. Ich fand es sehr spannend und ich fand es sehr schön, dass anscheinend nicht nur die DGNB jetzt in ihrem zehnten Jahr selbstkritisch ist, sondern dass im Grunde sehr viele von den Referenten ja auch ihre eigenen Tätigkeiten etwas selbstkritisch in Frage stellen. Und wir sind auch der Meinung, das ganze Thema Circular Economy war ja einer der Vorträge, ist das Zukunftsthema. Von dem her freut mich das natürlich sehr, dass man da in eine Richtung denkt.